Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einer neuen Beautybox. Entschuldigt bitte mein Make-up, ich sehe irgendwie richtig kurios aus. Das liegt aber daran, dass ich schon seit heute Morgen um 10 geschminkt bin und jetzt ist es gleich halb neun abends. Deswegen sorry, aber ich wollte heute noch ein Video für euch drehen, weil mich heute eine Box erreicht hat, auf die ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Und zwar die Foxybox und das ist eine Beautybox, die sehr, 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 sehr interessant klingt. Das Video ist übrigens keine bezahlte Werbung, aber ich habe die Box als PR-Sample bekommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst und ich sage euch jetzt mal ein paar kleine Infos zu der Box. Die Produkte in der Box sind immer alle Full-Size, also es sind keine Proben oder sowas dabei, es ist immer nur die Originalgröße. Außerdem sind es hochwertige Produkte. In jeder Box sind 5 bis 8 unterschiedliche Produkte und der Wert der Box liegt jeden Monat bei mindestens über 100 Euro. Außerdem sind die Produkte, die enthalten sind, immer sehr trendy und von den coolsten Brands. Und für die Foxybox gibt es drei verschiedene Abo-Möglichkeiten. Und die günstigste Möglichkeit wäre ab 24,90 Euro. Außerdem habe ich auch noch ein Rabattcode für euch. Der Rabattcode lautet Yo Nessa, ich blende ihn euch auch hier nochmal ein und schreibe es euch auch nochmal in die Infobox. Und mit diesem Rabattcode bekommt ihr ein Zahnaufhellungspulver von Dr. Severin im Wert von 19,99 Euro gratis zu eurer Foxybox, wenn ihr die abonniert. Und ich würde sagen, das waren genug Infos für den Anfang. Jetzt packen wir die Box mal aus und ich bin super gespannt. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, was drin ist. Aber ich muss wirklich sagen, das Design finde ich richtig cool. Also dieses Rosa und dann dieser geometrische Fuchs, das gefällt mir schon mal sehr. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr die Box auch schon mal getestet habt oder vielleicht andere Boxen oder was euch da so interessiert. Ich bin ja immer offen für Neues, deswegen teste ich jetzt auch diese Box. So, so sieht die aus. Das steht einmal oben drin. Hallo Beauty, deine Foxybox ist angekommen. Und so sieht sie aus. Aber jetzt mehr dazu im Detail. So, das ist das Produkt, was ihr gratis dazu bekommen würdet, wenn ihr meinen Code benutzt. Das ist wie gesagt von Dr. Severin Aktivkohle Zahnaufhellungs Kokosnusspulver. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe noch nie Pulver gehabt für die Zahnaufhellung. Oh, und ich habe das jetzt mal aufgemacht und das ist einfach komplett schwarz. Also wirklich Aktivkohle. Riecht fast nach gar nichts. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das klingt auf jeden Fall super crazy und super cool. Als nächstes haben wir dieses Produkt hier drin von Dr. Grandel. Und zwar Kollagenboost. Festigt und restrukturiert. Das sind drei Ampullen. Und ich lese mal ganz kurz vor. Wirkstoffkonzentrat mit 360 Grad Wirkung. Strafft und restrukturiert die Haut. Stimuliert die Kollagenproduktion und festigt das Bindegewebe. Das klingt ja mega interessant. Und ich finde solche Ampullen, die sehen immer so fancy aus. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen teurer. Aber ich blende euch übrigens mal die Preise hier ein, falls euch das interessiert. Okay, als nächstes haben wir hier ein kleines Fläschchen drin von Herr Doktor. Ein Zwei-Phasen-Thermo-Conditioner. Das klingt ja cool. Grün-Tee und Papaya als reichhaltige Zwei-Phasen-Pflege mit Weizen-Protein-Panthenol und Vitamin E. Schützt Haar und Farbe durch wertvollen Wildstoffkomplex mit integriertem Hitzeschutz. Für lebendige Farben, starke Farbbrillianz und herrlichen Glanz pflegt das Haar geschmeidig und verbessert entscheidend die Kennbarkeit. Vorgebrauch gut schütteln und sparsam auf das feuchte oder trockene Haar aufsprühen. Nicht ausspülen. Wie gewohnt stylen. Das klingt doch mal cool. Vor allem kann man das auch auf Reisen mitnehmen, weil das nicht ganz so groß ist. Also da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Bis jetzt gefällt mir schon mal alles. So, jetzt haben wir hier ein ganz kleines Säckchen drin mit einem Produkt. Und ich glaube, das ist etwas für die Lippen. So sieht das aus. Und hier ist halt so ein Pöttchen drin. Und das ist die Farbe Poppy Red. Das ist übrigens vegan, habe ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, ist das ein Lippenstift oder ein Lippenpflege? So sieht das auf jeden Fall aus. Also richtig cooles Rot. Interessant. Also muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, dann haben wir hier noch etwas von Dr. Severin drin. Und zwar eine wärmende Handcreme mit Mandelöl. Okay, Handcreme kennt ja jeder. Aber eine wärmende Handcreme. Boah, ich glaube, das ist für den Winter jetzt richtig cool. Und die riecht auch sehr angenehm. Also nicht krass parfümiert oder so. Aber sehr, sehr, sehr angenehm. Cool. Habe ich noch nie von gehört. Oh, es ist noch was von Dr. Severin drin. Und zwar passend zu der Aktivkohle Zahnaufhellungspulver. Zu dem Pulver. Eine Aktivkohle Maske, die man ein bis zweimal wöchentlich auftragen sollte und dann nach 10 bis 15 Minuten abwaschen soll. Und übrigens diese Marke Dr. Severin, davon habe ich auch einige Produkte, die finde ich sehr gut. Deswegen klingt interessant. Wird getestet. So, zwei Produkte haben wir jetzt noch. Einmal etwas von Janssen Cosmetics. Und zwar Ampullen. Vielleicht sind das wieder so kleine Ampullen. Ja. Genau, wieder drei Stück. Wofür sind die gut? Wirkstoffkonzentrate in Ampullenform. Brilliance, Scheinelixier, Cuparose Fluid, Normalizing Skin Fluid, Hyaluron Fluid, Anti-Wrinkle Booster, Skin-Kontur Fluid, Melaphadin Fluid, Stem Cell Fluid, Eye Flash Fluid, Kaviar Extract, Detox Fluid, De-Stress. Halleluja. Alles klar. Das soll wohl einiges bewirken. So. Und das letzte Produkt ist dieses hier. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Das ist von Hair Doctor. Genau. So wie das kleine hier. Und zwar ein Color Protect Shampoo. Schutz und Pflege für koloriertes Haar. Und ich finde die Verpackung richtig cool. Die sieht mega gut aus. Oh. Und das riecht mega gut. Cool. Das war der komplette Inhalt der Foxy Box. Also richtig, richtig coole Pflegeprodukte. Es ist auf jeden Fall alles neu für mich. Also ich kenne noch nichts davon. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Und das war es dann auch schon mit meinem kurzen, knackigen Unboxing. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Denkt auf jeden Fall an den Rabattcode. Schaut gerne nochmal in der Infobox vorbei, falls es euch interessiert. Und ihr könnt mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne andere Produkte von mir getestet haben wollt. Zum Beispiel. Und dann war es das von mir und meinem Video. Hier verlinke ich euch noch ein paar andere Videos. Vielleicht auch ein paar Unboxings. Und hier meinen Kanal. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.